schon wieder durch zwei Brüder ein Interakt in direkt was ist passiert ist weiß ich nicht Kiste und Inter 3 Gold 4 Gold Grimstone keine Ahnung was es ist erst mal alle Kram Tüten Krabben Tüten sag ich wir müssen unbedingt Stärke skillen können wir schon nein wir müssen noch mehr Stärke skillen 3 und ja oder wir brauchen einfach eine bessere Waffe wir haben ja unsere gute Oscar gegeben zum Glück nicht ne Paladin ah man und dabei wollte ich noch seine Waffe tauschen dann hätte er zumindest ein halbwegs sinnvollen Zweck gehabt ah furchtbar furchtbar ja hier Busch angreifen ja hier greift den Busch an das ist das ist das will ich hier ein bisschen Blaubeeren essen bringt 1% pro Blaubeere ne nicht mal boah habt ihr die Sternschnuppe gesehen wunderbar so das dauert lohnt sich das überhaupt für den anderen jetzt Hunger ja oh ja dann pushen wir ihn wie viel macht der jetzt 10 und noch ein die sind ja gar nicht mal so selten hm 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 ja ne das wird mir zu doof komm wir segeln gleich oh ich will das nicht sehen und gleich lasst noch ein zwei ne einer noch mei 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 so oben ist eine Stadt kennen wir aber nicht neben uns eine Stadt ja dann holen wir uns erstmal noch ein oder ne ich hol mir safe game ja ähm your crew is singing ach ich finde das schön ich finde das hammer so ach ne taverne haben die gut dann können die gleich mal ein bisschen ja moral ja bezahlen wir mal den einen und und wir haben Hühner hier tötet die Hühner los auf das Huhn auf das Huhn los nein der will es auf auf das Huhn so jetzt kannst du es auf und Chicken egal was können wir alles anheuern Archiologe Horse Jockey achso ja Melina Fireman Cutler Banker nee Captive Box Deweller Paladin nein Apotukary keine Ahnung was 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 der mal was der war was er kann nee Cutler Alexander Poesky mhm dann ein ehemaligen Piraten und der Rest ist zu teuer können wir uns Futter Futter holen mhm aber erstmal noch ein paar Hühner töten und ne Katze töten weil weil warum nicht hier schau es level up gimme na komm na komm oh yeah und das letzte wir dürfen hier nichts vergessen und was was will denn der von uns hallo damn rubber chickens und da ist noch einer jetzt brav Chicken mhm gut so ach ähm was ich jetzt leider auch schon weiß dadurch dass ich das ein bisschen eingespielt habe mit Federn können wir uns XP geben und das würde ich jetzt auf meinen Main einfach machen weil wenn der stirbt ist halt das Spiel vorbei und das wollen wir jetzt nicht und was hat der jetzt Leben R2 TP Leben und Stärke unbedingt erhöhen so und dann 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 5 Food Servings und gib ihm aufs Abenteuer also in deinem Abenteuer stürzen auf unser bekacktes Schiff mit 3 Leuten ich würde erst mit 4 oder 5 vielleicht bin ich ein Schisser aber ich würde erst mit 4 oder 5 Leuten die größeren Schiffe da mit Danger 2 angreifen einfach weil ich jetzt nicht wieder so eine Fehlinvestition haben will und ich meine wenn wir dann wenn zwei von den nur sterben wenn wir zu dritt sind 3 gegen 3 wäre schon logisch dass wir gewinnen könnten vor allem weil wir gut equipped sind und wir hier den Oscar Home haben der jeden wegbomben mit seinen 10 damage hits aber wenn einer schon stirbt ist es schon eine menge gold und ja das will ich vermeiden weil jedem weniger leute wir verlieren desto schneller kommen wir eigentlich voran auch wenn wir uns das erstmal an eignen müssen ich frage mich ob das ist das nicht ungesund wenn das ich meine man sieht ja fast nicht mehr die Charaktere das ist ja aber es liegt kein Essen mehr da das heißt wir kapern uns jetzt dieses Pötchen nachdem wir Captain Ciampini gekillt haben boah ja der Oscar der Oscar hat's drauf hm so das nehmen wir ah ist das schön sauber aber ah damit haben wir kein Gold bekommen das ist doof danger 2 nein ja wir könnten natürlich auch direkt zu dem ähm ja zu einem der Endgegner segeln aber ich weiß nicht ob das wirklich zu empfehlen wäre hm wobei ich hab jetzt gespeichert wenn nicht dann dann ne ne das lassen wir wir lassen uns einfach überraschen und schauen dann wenn wir soweit sind oder wenn wir denken dass wir soweit wären machen wir das Knochen Monkeys aber niemand oh die Affen greifen uns an jetzt geht er zurück geht 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 erstmal Rückzug auf die Affen jetzt wieder das das wie schauen die aus äh ja ach dann greift alle den funktioniert das so ach den besteuere ich jetzt selber und tu den das nicht so weit dahin gehen weil sonst wäre er weggebobbt ja jetzt bambi nek bambi nek bambi nek bambi nek jaaa genau so oscar hat level up äh ne hier gleich mal mehr damage 11 88 ja leck mich das das ist ja und dieser hat auch level up hm ja Fernkampf haben wir jetzt nicht ausweichen und movement speed wäre jetzt vielleicht auch nicht so schlecht dann stirbt er mir nicht so schnell ich meine er hat am wenigsten live von allen dann gehen wir erstmal da rauf rein indirect was kriegen wir geschenkt einiges gold und ugly sweater können wir das ausrüsten blocks incoming damage 5% of the time aha das soll heißen weiß ich jetzt leider nicht aha ein affenschwanz das geben wir uns und wir haben fast level up ich hänge mir auch immer einen affenschwanz an und dann habe ich oh gott das klingt so falsch und dann habe ich level up also knochen ja nein das hätte ich kaum sehen müssen ouch 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 geh weg geh weg lass die kämpfen ouch ich muss mich heilen das kann doch nicht sein 10% 7% 10% ah man oh man so es stand da gerade dass ich verflucht wurde jetzt konnte ich es gerade nicht lesen manno oh nein ich will nicht verflucht sein hm der verlangt nach gold ach seine moral ist noch ganz hoch die sollen erstmal nicht heulen so was gibt es hier grindstone grindstone ach das war doch eine schöne insel hm 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 so geht erstmal auf zwei hintereinander nicht schlecht geht euch erstmal ausscheißen hier auf dem schiff habt alle hunger oder nur der eine zwei und level up hm ja ich will mehr schaden machen das ist doch jetzt habe ich oh bei weitem nicht so viel wie der oscar oscar ist einfach pfuh ein harter kerl muss mir noch einen namen überlegen für ihn danger 1 los bisschen mehr gold ansammeln ja save game diesmal immer save game machen sonst was war das was 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 war das hm eigenartig naja boah aber wenn wir angeln könnten ja das wimmelt ja nur so von fischen das ist ja voll auf captain bonventure bonventure whatever ja weg und weg alles vom schiff runterhauen weil ne wir gehen zurück weil wir gold brauchen und jetzt komm schon komm schon komm schon so und so weltkarte 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 island 2 boah so eine leite strecke will ich mir jetzt eigentlich nicht geben aber m aber wir gehen jetzt so rum und umrunden quasi die Heimatinsel wir haben ja auch noch genug Proviant da food 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 ha ach hier fünf food servings ja dann legen wir erstmal die wassermelone dahin ist der jetzt die anderen haben mein Essen geklaut was sind denn das für mhm was sind denn das für Asus das ist ja na eine Kameradschaft so was haben wir hier nein greifen wir uns an kann ich kann ich auch einfach wieder weggehen der hinter zwei verdammt kann ich ja das war das war doof von mir der hat 69 69 89 live der Käpt'n oh das Shitwärts ich will eigentlich nur weg die sind mir viel zu stark und vor allem wir sind leicht angeschlagen und oh man ja wir holen uns ein viertes Crewmitglied und dann kommen wir zurück oder auch nicht Mist ja bleibt nichts übrig wir müssen versuchen die zu bekämpfen und oh es ist ekelhaft keine Chance außer ich teile die irgendwie die ganze Zeit oder der Oscar oh der der schaut sogar gut aus oh ich mag Oscar und ah oh my god einer stirbt einer stirbt und wer stirbt äh ich dachte einer stirbt happy happy nee keiner stirbt aber den Oscar nämlich einfach mal den Hulk so hat es jetzt gespeichert mit D ja das ist jetzt der Hulk weil wow weil der einfach hatte zerstört so komm komm geh hier so so schön Interact was kriegen wir Grindstone einmal Kaboom oh ja ich stehe auch voll auf Kaboom von der Urne kriegen wir viel so jetzt ist die Frage behalten wir unser so ich wette das gibt hier Gold aber wir haben jetzt auch nicht wenig dann behalten wir deren Schiff weil es einfach hammergeil aussieht boah so ist schon besser hi 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 ah so was war das jetzt was wir alles bekommen haben und death explodes aha oh ja das ist perfekt das ist eigentlich sehr gut weil ich will nicht das ganze Ding verschwenden und dem gebe ich es jetzt auch noch so und sonst Upgrade Chain ach ja man kann ja auch Waffen upgraden nur wie weiß ich leider auch nicht was hat er jetzt mit 1188 und da sind 1287 80 dann nehmen wir die hier dann kann ich mir wieder meine ehemalige Klinge geben und der hat einfach kein ja machen wir das so und der Hulk der Hulk kann was ist das schön was haben wir noch auf dem Schiff für die Hülle ah man ich weiß gar nicht wie man jetzt Sachen dran baut ich glaube da muss man in der Stadt sein Essen haben wir nur das und die Flagge das das werde ich wenn dann nicht in der Aufnahme machen weil ähm da habe ich schon einige Ideen aber das würde viel zu lange dauern und jetzt drei Folgen nur wie ich eine Flagge bemale ist auch nicht das wahre aber so das das wollte ich nur schon mal machen ja ah Weltkarte also schaffen wir die Danger 2 Zonen lock 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 weil wir so im Basel lalalala dann aber wo waren die Piraten die anderen das haben wir explort ähm einfach mal jetzt unbekannte weiter segeln und immer speichern ab jetzt so ach kommt schon das Schiff ist so groß und so schön und ihr müsst dahin ah Exkremente verteilen ey als würden die den ganzen Deck damit tapezieren wollen ah Jungs 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 das ist doch nicht schön das schaut doch nicht das will doch niemand sehen und stellt euch vor ihr habt Frauenbesuch ja ich meine da kommen irgendwelche Frauen zu uns aufs Deck und denken sich erst mal ne da bleibe ich jetzt nicht äh ne das wollt ihr doch auch nicht hei hei so was haben wir hier wir haben oh Spiky Busch ich glaube der macht Schaden wir haben wir haben eins zwei drei Ohreinwohner ja dann kommt es erstmal her und wir lassen sie kommen da will ich da will ich jetzt nicht durchlaufen nein 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 bleib hier bleib hier bleib hier bleib hier bleib hier bleib hier ja die kriegen sogar selber damage wie geil oh mein Gott und sie verteilen gut damage kommt hier kommt hier kommt hier und ja nein nein